Also Leute, ich feiere den Trainingsanzug. Hier steht noch mal Helal Mani. Ist echt gelungen. Ist geil. An der Qualität kann man diesmal echt nicht rummeckern. Brutal. Also ich weiß nicht, ob man das so gut sieht jetzt im Video. Ist natürlich ein bisschen schlecht. Aber feiere ich. Also das ist auf jeden Fall mal ein gelungener Einkauf gewesen. Da kann man echt nicht meckern. Da haben sich die 100 Euro auf jeden Fall gelohnt. Wie gesagt, eigentlich habe ich noch das T-Shirt bestellt gehabt. Ich weiß nicht, was da los ist. An Defshop, an Farid, keine Ahnung. Dieses T-Shirt mit dem Mani-Aufdruck in Blau. Eine gleiche Farbkombination wie der Anzug. Ist irgendwie nicht lieferbar. Dann kam eine E-Mail. Nachdem ich bestellt hatte, nach einer Woche kam eine E-Mail von Defshop, dass es nicht lieferbar sei. Aufgrund von Qualitätskontrolle oder da er nicht mehr lieferbar ist. Naja. Die anderen Farben sind irgendwie lieferbar. Vielleicht war es auch ausverkauft. Ich weiß es nicht. Schade. Ich hätte auf jeden Fall gern eins gehabt. Jo, das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Geiler Trainingsanzug. Feier ich. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und jo, da würde ich sagen, Peace und bis zum nächsten Video.